Hallo meine Lieben, es ist heute nicht schön, es ist mega windig und es regnet auch. Vielleicht versteht ihr mich heute nicht ganz so gut, aber das ist nicht so tragisch. Es ist ja wichtig, dass ihr was seht. Ich stehe wieder an gleicher Stelle wie an Tag 1 und ja, es ist wieder einiges passiert. Heute ist Freitag und jetzt ist erstmal Wochenendpause, es sei uns allen gegönnt. Ich gehe mal mit euch hier rum. Ihr seht, die Wege sind vorgefertigt schon. Das Wegekreuz kann man jetzt schon erkennen, das ist total klasse. Guckt mal, schön, ne? Dort die Weiden. Und da Frau Holunda. Und damit mache ich auch heute Schluss. Die Platten liegen da hinten auch schon. Beziehungsweise das ist für die Ränder, für die Randsteine. Damit mache ich für heute Schluss, wünsche euch ein wunderbares Wochenende und begebe mich wieder ins trockene Innere des Hexenhofes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.